Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, kleinen Let's Play oder mal ein Anzock-Video. Ich habe jetzt mir hier beim Playstation Store, hatte ich mir mal Fishing Planet runtergeladen und wollte jetzt einfach das mal spielen und gucken, was es ist und habe mir überlegt, dass ich das auch aufnehmen kann. Ja, dann gehe ich jetzt wohl mal hier. Ein sumpfiger Entdeckungsreise, Home Sweet Home. Ja, mach ich einfach erstmal das hier. Keine Ahnung, ich habe auch keine Ahnung, wie das Spiel geht. Ich habe es wohl schon mal gespielt, aber daran kann ich mich nicht erinnern. Herausforderung abgeschlossen. Boah, ja, okay. So, wie ich keine zusammengebaut habe. Wie baue ich denn den Angel zusammen? Lagerraum. Äh, es schaltet halt jetzt schon alleine daran, da ich nicht weiß, wie ich das... Ah, okay. Ich brauche von jedem Teil. Eine Angelschnur brauche ich... Schnurkappen? Einstellige Schnur. Ja, lass ich mal so stehen, ne? Ich habe keine Ahnung. Äh... Haken. Also, das brauche ich bestimmt. Und einen Haken brauche ich auch. So, dann brauche ich auch noch hier zum Anbeißen, nämlich mal Brot. So, sonst habe ich nichts hier, ne? Nö. Nö, okay. Jetzt habe ich eine Angel. Ah, jetzt habe ich hier auch eine Angel. So, wie geht das jetzt? Ah, so, okay. Hätte ich da jetzt irgendwie was dran machen müssen? Das Anschlagen eines Fisches. Jetzt drücke ich... Okay. Also. Das ist auf jeden Fall ein Geduldsspiel. Mal gucken, ob irgendwas anbeißt. Wieso zieht das denn jetzt wieder raus? Okay. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Spiel. Also, diese Pfützen, die da immer sind, ich glaube, da sind Fische. Und ich muss so lange warten, bis das Ding ein bisschen nach unten geht. Okay. Ey, wieso wackelt das die ganze Zeit? Jetzt muss ich ziehen. Ja, aber hier ist ja kein Fisch dran. Meine Güte, ey. Dann Versuch Nummer zwei. Wie hier ist neben mir einer? Ey, ich will... Ey, ich will... Ey, bei dem beißt jetzt was an. Ey, bei dem beißt jetzt was an. Nö. Ich gehe mal bei dem weg. Kann ich den eigentlich sehen? Oder sehe ich nur die Angeln? Nö, da steht wirklich ein Spiel da. So, ein kurzer Ruckler. Versuch Nummer drei, glaube ich. Und ich habe noch nichts gefangen. Ein angelrote Bode aus dem Wasser. Ach so. Ja, schön. Ich habe aber das Gefühl, dass hier nichts anbeißt. Also, man kann maximal acht Meter reinnehmen, sonst ist die Angel wieder komplett raus. Warten sie länger. Guck mal, da hat jemand einen Fisch gefangen. Ziehen. Und hier ist wieder nichts dran, ey. Ist das ne Scheiße hier? Ja. Warten sie länger. Der Fisch, bevor der Fisch anbeißen konnte. Ich muss das also schneller rausziehen alles. Das wird ja noch was. Was ist denn, wenn ich einen Wurm dran mache? Ich habe auch hier irgendwie ein Netz. Ähm, was gibt es denn hier noch? Was ist denn, wenn ich einen Wurm dran mache? Ja. 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 So. Irgendwie. Ja. Ja, ich muss so ziehen. Ich habe einen Fisch. Ich habe einen Fisch. Ja. Und jetzt? Ich habe einen Fisch. Ich habe einen Fisch. Kilogramm. Schön, behalten. Okay. Dann der nächste Versuch. Ach, die blauen Dinge da hinten sind Namen von anderen Spielern. Das hast du viele Leute spiegeln. Das ist ja eigentlich nur so ein Spiel, wo man sich irgendwie Podcasts oder so anhört und dann nebenbei ein bisschen hier angelt. Ja. Spannend halt. So ist es, wie es beim Angeln ist. Oh, noch ein Fisch. Jetzt habe ich es raus. Ja, mal an einer anderen Stelle suchen. So. schon 0,305 Kilogramm. Ziehen. Du musst ein Fisch freilassen. Ich muss diesen Fisch freilassen? Nein, ich will ihn behalten. Ich habe Strafe erhalten. So, wie gehe ich jetzt hier wieder zurück? Dann lasse ich den hier frei. Kann ich den verkaufen? Verlassen. Nö. Verlassen. Verlassen. Sind sie sicher, dass sie gehen möchten? Okay. Dann habe ich den ersten See mal abgeschlossen, hoffentlich. Vielleicht kann ich jetzt noch zum anderen See. Travel. Kein Premium. Nee, ich muss hier noch warten, bis ich... Jetzt muss ich dann nochmal hin und angeln. Inventar. Jetzt muss ich das wieder alles... Was? Du hast... Du musst zuerst eine Route auswählen. Wieso ist sie denn jetzt wieder weg? Ich habe hier überhaupt keine Mission oder so. Sport. Inventar. Meine Güte, ich komme mir gerade nicht klar mit diesem Scheiß Inventar. So, wie kann ich jetzt wieder eine Route auswählen? Hier, ich will eine Route auswählen. Wo ist sie denn hin? Meine Güte. Eyy, wie f... Boah... Ey, wie f... ich kann mich noch da reise aber ich habe jetzt überhaupt keine gute wo bin ich denn jetzt kanal kennt da gehe ich einfach in dieser ecke schwarz sparsche ist ein raubfisch die hauptsächlich auf elritzen und christentheorie schließen wieso soll ich das jedes mal kaufen inventar wo ist denn meine route hin laden springroute wie viel habe ich denn von den münzen habe ich nix was ist denn hier die beste jetzt ist auch dieses inventar hier weg nehmen einfach die hier und kauft die hier ja die will ich kaufen ich kann die nicht kaufen ja da ich nicht genügend coins habe war ich auch aber warum kann ich das ich weiß warum ich das nicht kaufen kann weil ich nicht dieses level dafür habe dafür ich lebe 12 12 15 14 gibt keine Meine Güte. So, Inventar. Angelsrute. Wie rüst ich denn, Rute, aus? Ich schmeiße es jetzt nicht. Wieso habe ich die denn abgelegt? Meine Güte. Ja, dann würde ich einfach sagen, erstmal, tolles Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, vielleicht zu diesem oder in irgendeinem anderen Let's Play Show. Tschö. Vielen Dank.